so jetzt sind wir wieder schön in der aufnahme mal wieder nach langer zeit stell dir vor dass du mal wieder eine folge auf meinem kanal ein wunder ich habe bock auf t-shirt pioniere erwarten befehle ich kann diesen ein streamer nicht vergessen der company für uns gestreamt hat da hatte ich dann reingeguckt und der war so langweilig schneitend ich weiß nicht wie gut er als streamer war aber also besser gesagt als spieler war ich glaube er war auch relativ kompetent aber als streamer war er so langweilig da denkst du so ja toll dazu breit dazu freudert nicht er ist schon durchgerannt aber jetzt in einem punkt hier vergessen zu kämpfen ich benutze mein pio jetzt einfach zu backcapping da hast du ein auto ach so ne du hast ein auto jedenfalls dann da also der war die waren zu viert im ts disco oder schließ mich tot und was die einfach so kam so auf die idee ist eine geile idee war sie screen worüber spricht man jetzt oder wie möchte man den zuschauer unterhalten gar nichts man sagt gar nichts kein wunder dass er auch keine zuschauer hatte ja du also ich mag deine frontlinien ziehung ich glaube die wollen ihren treibstoff sichern oder versuchen ja nee ist klar ja nee ist klar was was ist oh der backcapt nur boah alter okay okay nee so okay die sind zu zweit weiter im gießen zu vorne okay ähm boah ist der boah ist der schlimm hier steht da steht überall der hat sich da auch hingestellt alter bleibt doch nicht stecken ich lieb das wenn jetzt das stecken bleibt der hat nicht nur die gehabt der hat vollgekämpft was wirklich ja ah nee ist mit beiden truppen hier nein 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 ne doch nicht ach der war doch kurz weg alter so richtig so richtig ekelhaft kürzliches wir nehmen das ein jawohl den punkt war ja aus alter und da musste noch die kippen äh so bleibt erstmal hier alter das spielt so ekelhaft ja einfach nur cappen die cappen alter beide spielen so ekelhaft die können mir geschoren bleiben geschoren ja sehr schön geschoren ach panzergrenadierer platzieren nehmen und weiter dann möchte ich mal was testen ich diese deckungskampf bonus für die briten ist so behindert ja ist klar schon wieder alter er tut nichts anderes als er lustig 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 tralalala noch luft lande offizier das ist so ekelhaft so das ist halt traurig dass das auch noch so effektiv ist aber das ist da kann halt das spiel nichts für er das map design einfach einfach snacken jetzt einfach jetzt snacken komm guck mal wieviel ist die hast boah ach scheiße ich liebe das nicht ich liebe das nicht wer liegt ja schon boah ey ich geh in die Mitte schon mal du kannst ruhig weiter hoch komm mit bleib mal da längs bleib mal da längs hier bleiben hier nicht bewegung echt vor allem da kommt ein kampf auf die zu und die laufen alle weg wie wirst du kämpfen nein hallo wo ist der feind existiert nichts da das ist feindliches territorium positionieren und sind auf dem los erschießt ihn erschießt ihn fast acht und ja ich sehe es ich habe den mein punkt jetzt auch noch ausgebaut ne pass auf mit dir das soll das eigentlich erledigen wir verschwinden ach scheiße wir wissen vielleicht weil die haben gar keine pax und so weiter und die haben für mgs nicht für mich sagen die immer panther grenadierer das geht mir so auf den keks und da wenn die ihre zum einsatz breit ja genau das sagen sie bei mir im kopf oder wie auch liebe jetzt die stumpf in ihrer auf englisch hühlen hühlen hüllen 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 also überall sind sie egal wo die sind genau ich kann jetzt mal wieder werbung für meinen discord machen und sag guck mal bei mir im live dieses viel mehr ab als auf youtube Fahrzeug kommt zu dir rüber hat ihn gefüsstet Alter, ja nicht dein Ernst, er ist wirklich wieder hier in die Mitte gelau Hallo, das sind deutsche Kanadierer Wiese wie kann man so behindert sich zurückziehen, weißt du, der hat die Wahl zwischen hinter der Deckung oder vor der Deckung, was mache ich vor der Deckung, ist bestimmt eine gute Idee Das erwarte ich jetzt von dir Jetzt nimmt er den anderen Sektor Alter, das ist so ekelhaft Keine ihre gar nichts Kann mir auch nicht leisten Das ist auch gut Was zum Fick Ja, der wird mich nähten Oder? Ich versuche mal jetzt auf deren Seite zu brechen Also wenn die jetzt gerade hier sind Es fällt die eine Seite, weil Weil er einfach nur reinläuft Wer macht ehrlich Ne, der hat sogar mal koordiniert gekämpft Also Etwas hat er wirklich mal getan Ich will nie wieder sowas wie Was wollen sie Auf uns Das ist sowas Alter Hier ist ja null Gar nichts Deshalb Wenn du so ein Wenn du dieses Spiel spielst Ist es einfach Ähm Alter Und Alter Die haben nicht nur Mg ist unsere so abgestellt Solche Leute Hast sie am meisten Die kämpfen auch kombiniert Komm schon, komm schon Ja natürlich Ja, die kämpfen beide Äh Die wird unterschiedlich Also die kämpfen Nicht jeweils an einer Front Sondern Ähm Du weißt was ich glaube ich Du weißt was ich sagen möchte Ne 2 Packs Alter Ich hab leider keinen Rauch Oder sowas Schaffst du Schaffst du Schaffst du Wohl Weiter Weiter Panzergrenadieren In Bewegung Hier schwerer im Gegenteil Ong Ong Als ein Mörser auf sein dummes Dach Das hätte ihn nicht schlagen müssen Ha Lauf da rein Ach Neue Panzerabwehrkanone eingetroffen Wenigstens vergrößere ich da immer noch meine Armee Habe ich bis jetzt den Druck verloren? Ja genau Alter Was ist das für eine Runde hier gerade? Das ist ja eine richtig schlimme Runde Ja genau Ja genau Was macht sie weg? Nö Warum auch? Es ist immer so lustig Ähm Oder so traurig jeden Fall Besser gesagt Sobald du drauf klickst Greif an Müssen die erstmal alle nachladen Wir müssen los Nehmen neue Position ein Hier MG lad mal nach Sehr praktischer Knopf Sind die eigentlich Ne stimmt genau Die sind ja teurer geworden Die ganzen Treibstofflager und Co Das war ja eine geile Idee Schützen hier Bereit Alter Guck mal Das sind Britengranaten Ami-Granaten machen das instant weg Wir sitzen in der Scheiße Wir müssen etwas bauen Schöße Ach genau Und der hat hier nochmal einen reingespawnt Anhalten Wir haben den Sektor Wir verschwinden hier Alter Die Liebe ist jetzt einfach hier rein spawnt Mg-Einheit bereit Gennadirem Das könnte eine interessante Reise werden Jawohl Zurück Trupp rückt aus Huck in Bewegung Unterwegs Bionier Jawohl Sind in Bewegung Dieses Mädchen in Haar Ich lass nicht Wie weiß es so sein Sag ich das gerade so auf vielleicht? Was? Ja ich sag's nicht auf Was? Das ist diese Spielweise von den Haar Das ist doch kein Geheim Scheiße Halt da raus Ja geil Panzer Komme Komme Hier ist das Ja Boong 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 Was ist das denn? Zeit zu gehen Der Bunker wurde mit einem MG 42 verbessert Halt Fuelcash wieder auf Fuelcash wieder auf Zurück Wie können wir helfen? Halt 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 Wieder verbessert Zeit unsere schweren Panzer loszuschicken Halt 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 Scheiße Dann Oh Alter, die Mörserfeuer. So. Was? Natürlich gibt noch ein Schuss ab, bevor. Alter. Hey, hier hockt wenigstens jetzt mal ein MG. Komm schon. Snack dir das MG. Komm, hör jetzt den letzten. Jawohl. Nicht gewaltt, leider. Doch, gewaltt. Hast du einen... Nee, du hast keinen, hab du dafür. Rechen? Midi? Äh, Midi. Reicht's. Alter, schieß drauf. Komm. Komm. Jawohl, jetzt. Und noch einmal, noch einmal, noch einmal. Komm, komm, komm. Schieß. Jawohl. Nein. Boah, ist das... Boah, ist das... Glück gehabt. Hat der Glück gehabt. Alter Mörserfeuer. Pionier, und los geht's. Oh, das riecht man hier hart auf. Wie lauten Ihre Befehle? Pionier, vor allem bereit. Wie sagt der Mörser die Möglichkeit, das Feuer einzustellen? Pionier, wir haben den Kontakt zu einem Gebiet verloren. Das geht halt so auf den Keks. So hart auf den Keks. Bei der Spielweise musst du halt eigentlich alles absichern. Wolltruck gewaltt. Ich finde es sehr entspannt, wenn die einfach mal ein bisschen aufs Nase bekommen. Pionier, Granate! Ich blute! Beeilung! Sie haben Lenny und schnappt sie! Ja, jetzt. Wir verschwinden hier! Bitte Käpt'n. Panthers auf den Weg. Miene legen. Abwein, es hat jetzt kurz, dass ich wieder... Wir müssen los. Ich baue das Ding auch nochmal aus. Wir müssen uns in feindlichen Sektor. Das MG abbauen, wir müssen weiter. Ja, stehen unterwegs. Was sollen wir tun? Ja, klar. Klar. Oh, f*** dich doch. Wir sind unterwegs. Du, der Pack. Der Pack dringend. Mh, Pippchen noch einschieben. Brauchst du halt das Pippchen mal hier runter? Oder geht's noch? Ne, ne, wie gesagt, gleich ist der Panther da. Oh. Da, Panthers. Ey, schick was doch zurück. Oh, f***, ja. Oh, ja. Oh, ja. Feiern. Feiern. Boom. Da kommt der Panther. Boah, es hat das Ding für eine Reichweite. Ja, schieß mal über die Karte. Welche? Alles. Oder am besten so, ja. Boom. Ja. Immer wieder lustig. Churchill kommt bei dem Panther durch. Oh. Oh, f***. Ich glaube, ich verliere ihn. Hast du Rauch? Hast du Rauch? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Ne, der ist tot. Alter, Pizza-Auchestrie. Ich wusste es nicht. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich wusste es nicht. Boah, regt mich das jetzt gerade auf. Der Panther. Boah, mal noch ein Fuel-Ding. Ja, das Ding ist zu stürzen. Wenn mir Panzer schreckt. Da ist es Ding. Es ärgert mich halt immer so was, wenn das mit dem Panther passiert. Okay, erster Panzer weg. Komm schon. Nein, noch nichts. Alter, nicht dein Ernst. Der kann noch abhauen. Nur weil die Reichweite nicht passt, oder was? Ja, genau. Der kommt da raus. Der kommt da einfach raus. Jetzt kommt. Schieß doch. Jawohl. Boah, ich. Das ist doch. Das wäre aber auch scheiße gewesen, wäre da lebend rausgekommen. Ich weiß. Ich dachte, ich komme da rum, aber. Ne? Wir können das noch. Wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Alles steht hier noch offen. Das fuckt einen trotzdem, aber so hart ab einfach nur. Was trifft hier? Hat der was Neues gebaut? Ne, das ist immer noch. Ach, der hat mit Mörderstellung Zentimeter weiter gebaut. Ich liebe das. Guck mal, wie die Leid die Zerstörung können. Ah, fuck off. Bumbo weiß der das. Der hat, glaube ich, meinen Panzergrenadier gesehen und auch nochmal drauf zu geballert. Was wollen wir freien, treibt mich das Gebiet auf dem Weg. Schützen hier. Vorbegad. Dann bekommst du kein Fahrzeug. Alter, auch das sind geviiped. Ich habe fast ein Mittelraum bis den XP. Dann habe ich eins. XP? Ja. Was willst du dir holen? Was dick ist. Oh, ich bin mir nicht mehr. 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 Ja, natürlich, ne? Komm schon. Und. Komm. Sag mal, haben die die Reichweite der Schrecks irgendwie vermindert? Weiß nicht. Guck mal, Püppchen. Ja. Der liebe Kerl hat es bei mir genommen. Das war ja lustig. Das zählt als Fahrzeug. Also die... Die Stellung. Nein. Die, die, ähm... Der Luftangriff zählt als Fahrzeug. Achtung, da ist was. Ja, ist klar. Du willst jetzt direkt, hast du es direkt übertrieben mit dem, oder was? Ja, gut. Ladung, 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 ladung. Ja, deshalb hatte ich mich eigentlich an den Rand gestellt. Was kommt denn da so dickes? Der lebt immer noch. Oh, nicht meine Park. Ich weiß nicht, wie die Park da lebend rausgekommen ist. Schau dir das an. Alter. was er schießt achtung und tiger ich will die wand aus Pax vernichten ein Tiger kommt noch gar nicht an ich muss hier echt so eine Bunkerlinie aufstellen damit er nicht jedes Mal hier reinläuft oh die Wand aus Pax die Wand aus Pax die Wand aus Pax wo ist die? wo ist die? ne 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 doch da kommt da kommt jedenfalls was haben schon wieder ein Püppchen geklaut ne das war schon die Crew grad eben aber wieder geklaut kannst du mal meinen Tiger reparieren gehen sie runter eben oh ich aktiviere jetzt grad den Tier oh fast gut gespielt oh wie können wir helfen bewegen uns in feindlich kontrollierter Region nicht deiner Ernst Waffenüberprüfung gehen in feuchtlichen Gebieten in Position ich glaube wir haben die Herausforderung Alter überall die Sahne schrägen fuck 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 warum schießt man dann nicht? schießt wieso wirst du dich ruhig nicht zurück? oh 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 Junge ey Tiger ist fast keine Einsatzgewalt ähm hm was denn? ja vor jetzt zu sehen schrotz Mördertrupp erwartet Befehl Kanzergerücken vor Druck halt Krenatiere marschieren Krenatiere bereit äh weißt du die Reparatur ist an Achso ja ne ich bin eh schon fertig hab ich jetzt nochmal mit dir ein bisschen besser reparieren wir verlieren einen Sektor oh Alter äh warum äh was hä mein Pionier wird nie versorgt der hier der kann ich nicht weiter versorgen ähm hast du auch schon das entsprechende abgehört dafür? achso ja das muss ich nicht neuschen man vergisst es gern ach das ist ein Firefly Achtung Firefly ja ja müssen wir nur signal geben zeichen ja ich höre schon wieder die 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 haben ja gar keinen Treibstand Die verhindern nur, dass wir welchen haben. Alter. Schon wieder aufs Fuel-Ding. Ich glaube, ich habe seit langem wieder LKWs benutzt. Oh. Oh. Zack. Zerlegt das Ding. Das hat sich stört. Wer ist der Tiger dafür? Alter, fahr doch, zieh zurück Tiger. Ja, ne ganz ehrlich. Jetzt hat es sogar... Ach, hier, Wand. Pax. Nur Pax. Achso. Nur Pax. Achso. Nur Pax. Ah, pass auf. Das ist so. Manchmal ist es echt ne Last. Komm schon, so wie nicht hab ich. Vorher nochmal. Alter, es macht null Damage. Ja, jetzt wurde zerstört. Perfekt. Ja, genau. Achtung, nicht reinlaufen, nicht reinlaufen. Und jetzt mit dem Jagdtiger zurück. Mit dem Jagdtiger zurück. Ja, ich weiß schon. Ich will aber meine Falle locken. Oh ja, eine Falle. Lassen wir das nochmal wieder. Nein, ernsthaft. Nein. Und wie war die Falle? Nein. Nein. Pff. Irgendwie jetzt mit so viel Luftverstützung von innen nicht mehr so ganz weg tief. Komm. Ja, klar. Weil... Und das überlebt er, oder? Klar überlebt er das. Warum denn auch nicht? Echt überall diese blöden Infiltrationskommandos. Ich glaube überall. Ja? Ja? Na los! Bereilung! Ja. 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 Also, scheiß drauf. Das war ja genau weil scheiß nicht connector ist. Alles voller Facts bei denen Und vor allem der baut es wieder neu auf Irgendwie was Neues Lander Kannst mal hier stehen bleiben Ich mach mal deren Scheiß wieder weg Ich weiß auch halt wo der Lander runtergegangen ist Das ist so Einfach nur um einen wieder abzufacken Und alles zu verzögern Du hast einen Panzerwerfer Oh Gott Noch ein Trupp wiped Sehr gut Noch ein Trupp wiped Boah nicht dein Ernst wieder Nicht dein fucking Ernst wieder Ich brauch hier unten jetzt ne Bunkerlandschaft Somit er nicht mehr so leicht reinkommt Wo ist ich doch sicher überrennt Das wäre überrennt Ja Vor allem da kommt ein dicker Blob schon wieder Wie oft kann er seine hässliche Granate werfen So oft Okay jetzt über Meme platzieren Von diesem Punkt herum Reicht mir Ja ich mach's anders Ich vermine den einen Also hier hab ich überall Bunker hingestellt Da ist ein Bunker Da ist ein Bunker Wenn da wieder Connected ist Kommen da noch mehr Bunker hin Ich bin so auf dem Keks Grad Ich bin so auf dem Keks Sehe Ich bin so auf dem Keks Sehe Boah Junge ey Ich glaube ich hab noch Ich habe schon lange nicht mehr so auf Bunker gebaut. Der fährt einfach mit dem Fahrzeug rein. Der fährt, der ist hier mit zwei Panzern. Der mit dem Krop und, ja. Ich komme mit dem Tiger hin, aber es wird schwierig, dass er auf einmal jetzt da so massiv einschwenkt. Achtung, Packflut. Okay, was aber Juicy Girls. Junge. Achtung. Hm. Spann mal Pack mit nach vorne. Wo ist mein Tiger? Willst du mein Pipchen mitfeuern? Ah, der verfehlt. Jetzt hat er mich verfehlt. Ah, nee. Die fachscht hier noch. Ja, ist klar. Jetzt kommt noch mehr. Auf den Scheiß. Alles voller Panzer. Ja, alles voller Panzer. Genau. So, erster Panzer zerstört. Echt, der fährt halt, der läuft halt mit deinen Püppchen an die Front. Weil alles sterben möchte. Ja. Alter. Nein. Boah. Sehr gut. Den Panzer will ich jetzt. Alter, los. Mach schon. Ja, das ist in der Reichweite. Ja, danke. Boah. Wir wollen zurück zur Basis, ein- an ihre Begründung. Wir sind bereit. Ja? Der Sektor wird uns gehören. Tribe rückt aus. In Bereitschaft. Plantabwehr trupp rückt aus. das wäre anstrengend die runde wenn der ist 18 du bist sie sagen sturm offizier mein artillerie offizier ich gebe ihnen auch noch eine überraschung mit rein das kannst du eigentlich rauch inspirierte auch ablenken ich wollte den baas romatieren aber dann hat er nicht nur stark eingeleitet auch gut wenn wir jetzt kurz erobern und das stören anzug ah ja das wäre eigentlich durch eine praktische maßnahme oh oh mein gott ein normaler schirm feierfrag ein normaler schirm achtung md ist tot weil gründe groß machte weg auch ja 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 mhm ah verdammt was motor repariert in der fahrt ja das kann er was zum fi ist nur fähigkeit ich weiß was mache ich jetzt vorsicht vom angriff na autor warte schon sagen sie sie schlussig so ist das nicht dass wir dadurch jetzt verlieren er das wäre so bitter auf den weg ich bin auf dem weg ich weiß Ich renne auch gerade wieder an die Front, direkt. Ich platziere das Ding schnell. Tiger ist wieder ready. Einer nimmt und vorwärts. Ich kriege sogar noch einen Kübelwagen hier schnell rein. Oh, ich hätte sogar die Ressourcen für den zweiten Tiger. Ich auch, aber ich fand ihn ja nicht toll. Auch einer, der enttäuscht. Los, schneller, schneller. Ja, genau. Jetzt haben sie aufgegeben. Boah. Ja, gut. Wie dein glorreicher Süß für uns. Ja, der war aber auch hart knapp. Also, der war schon viel zu knapp für meinen Geschmack. Und vor allem, wie die halt am Early und zum Teil noch mitgespielt haben. Das ist so ekelhaft gewesen. Nur weil die Menschen haben, ey. Ach, genau. Soll ich noch mehr Werbung für meinen Discord machen? Ich habe einen Discord. Guck mal. Link müsste unten sein. Ja, Fetz hat besser gespielt als ich. Das ist dann auch nicht ideal. Ja, komm, aber immer noch. Also, ich habe das Gefühl, dass durch diese... umso weiter das Patchen geht, umso näher nähert sich das immer weiter an. Also, dass die Deutschen nicht mehr dadurch herausstechen, dass sie unbedingt so viel... so ein gutes KD-Verhältnis haben, was ich eigentlich unglaublich scheiße finde. Panther auf Welt, Panther tot. Tiger tot. Warte, hä? Habe ich da nochmal einen Tiger verloren? Ich habe... Zwei Panther... Stimmt, der eine Panther, den ich mir geholt habe und dann einfach ignoriert habe, weil ich den Punkt cappen musste. Ich weiß echt nicht, was... Ganz ehrlich. Warum haben die das gemacht? Artill... Artill... ...ruh... offizier der Artillerie. Integration und Engineetristen sich BLM. In dem Kommandanten für den Panzer. Äh, für den Tiger. Ich hab da noch nie was Artillerie drin. Also, ich kann keine Artillerie mit dem bauen. Was soll denn der Mist? Sturmoffizierte da rein? Ja, meine Panzer waren leider sehr ineffizient